Versucht, nichts Dummes zu tun. Komm schon! Gehen wir weiter. Der Turm der Königin. Der Turm ist geheilt, aber die Stadt, die meine Mutter liebte, der sie ihr Leben widmete, ist nicht mehr. Welche Richtung, Elika? Äh, danke. Ach so. Das wusste ich. Passt doch auf, wo ich stehe. So. Keine, keine, keine. Nur noch 40 Stück. 39. Diese mathematisch hochkomplexe Rechnung habe ich im Nu herausbekommen. Oh, das Licht ist runtergefallen. Uh, 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 uh Links ist und ich intuitiv also runter gucken möchte das natürlich innerhalb eines Spiels völliger Blödsinn ist das bringt ja gar nichts vielleicht irgendwann einmal virtuelle Realität oder wenn noch mal kurz ah nein wir werden einen Fehler machen denn damit gelangen wir wieder auf den Turm hinauf in den gesamten Weg müssen wir nicht noch einmal gehen ja vielleicht haben wir irgendwann einmal die virtuelle Realität oder zumindest 3D Videospiele ich will es nicht hoffen ich will es absolut nicht hoffen ich verhasse bereits 3D Kinofilme wir haben einfach noch nicht die Technologie verdammt ich will wieder ganz normale Kinofilme sehen wieso lasst ihr mich nicht ganz normale Kinofilme sehen Merida hätte auch nicht unbedingt 3D laufen müssen zusammen 3D 7D 7D ansonsten Merida sehr schöner Kinofilme von äh Pixar ne ich glaube nicht Pixar oder naja googelt einfach mal Merida Habt ihr bestimmt schon mal Filmbooster gesehen, dieses rothaarige Wuschelkopf-Mädchen. Das Mädchen mit den roten Wuschelhaaren. Ja, das passt vielleicht eher. So, Moment. Also können wir uns hier... Ja, auf jeden Fall. Wir können uns hier fallen lassen. Allerdings bringt uns das nichts. So, jetzt haben wir erst einmal die Kraftplatte zerkratzt. Das mache ich auch ständig mit meinen CDs. Ups. 10 Frames. Fatalität. Nein. Was seht ihr? Ist etwas da draußen? War das eure Stadt? Das nächste fruchtbare Gebiet ist... Halt, wartet! Ihr seid sicher. Was? Bestürzt? Verzweifelt? Wütend? Ich weiß nicht, wie ihr so lange durchhalten konntet. Aber ihr müsst weitermachen, sonst sind wir beide tot. Seid ihr fertig mit der Analyse? Ich weiß, dass ihr Dinge verloren habt und euer Leben fühlt sich wertloser. Aber wenn das eigene Leben nichts wert ist, was zählen dann diese verlorenen Dinge? Ach, eine ziemlich gute Ansprache für einen, dem sonst alles egal ist. Na sicher ist die Ansprache gut. Sie hat mir schließlich zwei Silberstücke bei einem Wahrsager gekostet. Nutzt die Wut, Prinzessin. Bleibt am Leben. Und findet etwas zum Abreagieren. So haben wir sie noch überhaupt nicht erlebt. Aber sie hat allen Grund für ihr... Für ihre Wut. All die angestaute Wut. Welches ist das Gebiet? Der Turm der Königin? Da waren wir doch schon. Hä? Haben wir das Gebiet von der falschen Seite her betreten? Es sieht ganz so aus. Wie auch immer. Wir sehen uns jetzt hier ein Weilchen um. Weil es hier auch noch mehr Keim gibt. Die brauchen wir. Das wissen wir. Weil ich es immer wieder sage. Und an meinen Worten, ob das Wahres daran ist. Ja, soll die Kreatur spawnen und ich sehe mich hier rum. Können wir dort... Auf? Nein. Gameplay sagt nein. Von dort kommen wir wieder zurück. Also... Dem Brüllen hinterher. Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Mein Plan. Hi. Ich stoße dich einfach runter. Ah. Oder du stößt mich runter. Genau auf die andere Seite wollte ich. Das war mein Plan. Los! Baga bing! Alles in Ordnung. Bada bumm! Ja, gehen wir weiter. Lichtkeimer, 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 Lichtkeimer! Lichtkeimer! So, auf dieser Höhe um den Drum herum habe ich alle Lichtkeimer eingesammelt. Wie wir an die anderen kommen, weiß ich leider noch nicht. Klar, um an die hier zu kommen benötigen wir die Hand von Ormast. Doch wo die anderen sind, das bleibt bis auf weiteres ein Geheimnis. Danach tauchen müssen wir auf jeden Fall nicht. Dort ist noch einer. Den holen wir uns. Irgendwie. Darf ich ihn mir holen? Ich würde ihn mir gerne holen. Irgendwie. Auf die ein oder andere Art und Weise. Wie wäre es damit? Gut umsehen. Hopp, 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 hopp! Mensch, gönn dir mal ne Pause! Snickers! Was? Uh, wollte gerade springen. Nein. Ähm, wie kommen wir nach dort unten? Ähm. Hm. Dort kann man sich ranhangeln und... Ja, natürlich. So hier. Wir wollen natürlich nach unten. Uns die Keime holen. So. Ha. Bitteschön! Dankeschön! 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 Es wäre auch gut, wenn... man Elika sagen könnte... Hey, ihr könntet doch hier... kurz warten. Dann müsst ihr nicht hinterher klettern, wie... Äh... Ich geh nur eben kurz in den Supermarkt. Bleib doch bitte im Auto. So in etwa. Und natürlich lässt die Mutti dann... das Fenster zu. Hey! Hey! Während das Kind... in der Sommerhitze im Auto erstickt. Sterbt nicht. Ich fange gerade an euch zu mögen. Jetzt erst! Haha. Ja, die Sprüche sind ziemlich random. So. Von hier oben kommen wir wahrscheinlich... weiter. Und wupp! Ich seh nichts! Ich bin blind! Jawohl! Das macht nichts. Ich wollte sowieso nicht zurück. Hauptsache wir haben den Keim. Gut! Gut, gut! 29 von 45... Gut! Wahrscheinlich gibt's auf dem Weg... zur Stadt des Lichts noch ein paar Keime. Ähm... 29 von 45... Wo besteht Potenzial? Auf 33... In den Königlichen Gärten vielleicht? Ja! Dorthin werden wir uns teleportieren. Und schauen, was wir hier sind. was sie uns bringen. Wie viele Lichtkeime sie uns darbieten werden. Und nicht vergessen, auf PrinceOfPosherGame.com slash App... gibt es auch Videos von hinter den Kulissen. Habe ich selbst auch nicht nachgesehen. So, dort hinten haben wir Keime. Gut. Ach, diese Gärten! Und... Oh! Dort oben... lauern viele! Wir sind viele! Ähm... Wie kommen wir denn an die heran? Ähm... Lasst mal schauen. Ähm... Steht da, welche Kraft wir nutzen mussten. Ja, die Flügel von Ormast. Das war die erste Fähigkeit, die wir aktivierten. Genau. Bis dahin hatten wir... den Schritt von Ormast noch nicht. Also müssen wir irgendwie auf diese Platten... um an diese Lichtkeime heranzukommen. Aber ich bezweifle, dass wir das von hier oben aus können. Ah, nein, anscheinend nicht. Versuchen wir es von hier aus. Ah, ja. Von hier aus. In der Tat. Mein Gespür ließ mich nicht im Stich. Auf meinen Rücken. Hold the mind. Okay. Und damit haben wir... diese Keime. Sehr, sehr, sehr gut. Und die... möchten wir natürlich auch haben. Ähm... Ähm... Nicht den Halt verlieren! Passiert. Hab zugeschaut, wie er fiel. Er hat doch irgendetwas anderes gesagt. Das habe ich leider nicht verstanden. Ich musste lachen. Echt so! Ah, es reicht nicht aus. Verflucht. Okay, haben wir hier irgendwo Kratzspuren. Nein. Schade. Nun gut, so viele Lichtkeime werden noch geschenkt. Wahrscheinlich müssen wir sie... zusätzlich ansteuern. Über eine andere Kraftplatte. Hm. Können wir... Nein. Wir können so nicht drüber. Tja. Rüberlaufen dürfte auch nicht unbedingt funktionieren. Nö. Wie funktioniert ihm so. Bereit zum weitergehen? Ja. Sehr gut. Wie kommen sie dorthin? Vielleicht über... Hier drüben.